Ich muss noch den Keller aufräumen. Das war ich vor zehn Jahren zum letzten Mal. Samsonns Zimmer braucht einen neuen Anstrich. Ein Fotoalbum von unserer Südafrika-Reise machen. Wann war das? Oh Gott, 2014. Und Bass üben, Klavierklimpern, Monopoly spielen, Salat setzen, Schlutzkrapfen einfrieren, Hip-Hop tanzen über die Blocks judeln. Ja? Ja, es ist nicht zum Aushalten. Quarantäne ist so langweilig.